Ich gratuliere dem CVJM herzlich zum 175. Geburtstag. Ganz persönlich, aber natürlich auch im Namen der Christlich Demokratischen Union. Wer hätte das gedacht? Aus einem kleinen Verein 1844 wurde eine so riesengroße ökumenische Bewegung in der ganzen Welt. Und ich danke allen Männern und Frauen, die täglich mitarbeiten, ob hauptberuflich oder vor allem ehrenamtlich, in der Flüchtlingsarbeit, in der Unterstützung von benachteiligten Menschen und vor allem in der Jugendarbeit. Ich wünsche alles Gute für die nächsten Jahre und vor allem Götte Segen.